Hallo, mein Name ist Christian Fenebert von der Contao Academy und in diesem Video zeige ich dir, wie wir ein verlorenes Admin-Passwort wieder zurücksetzen können. Du kannst das Ganze zum Beispiel verwenden, wenn du eine Installation von einem Kunden hast und niemand mehr weiß, wie der Admin lautet oder wie das Passwort des Admin lautet und gleichzeitig hat niemand mehr Zugriff auf das Backend, um überhaupt einen User zu ändern. In so einem Fall, wenn du also keinen Zugriff mehr auf das Backend hast, dann solltest du zunächst einmal Zugriff auf die Datenbank erhalten. Das bekommst du in der Regel über deinen Hoster und ich verwende hier das Tool phpMyAdmin. Ich gehe also auf die Datenbank, die mit dieser Installation verknüpft ist und gehe in den Bereich oder in die Tabelle tl-User. Wie du siehst, sind hier jetzt drei User angelegt und wichtig ist jetzt, dass du dir bestimmte Einstellungen merkst, damit du später das Ganze wieder herstellen kannst. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach hinten bis in die Spalte Admin und du siehst, es gibt jetzt zwei Admin-User. Und für unsere Möglichkeit müssen wir jetzt so einstellen, dass kein Admin mehr hier hinterlegt ist. Das bedeutet, ich merke mir zunächst einmal, wer hier Admin ist, damit ich das später wieder nachvollziehen kann. In meinem Fall wäre das jetzt der User Christian und der User DemoAdmin. Für diese beiden User möchte ich später vielleicht wieder ein Admin-Recht einrichten. Das heißt, im ersten Schritt muss ich jetzt dafür sorgen, dass es keinen Admin-User mehr gibt. Das mache ich in dem Fall so, dass ich hier hinten auf das Feld Admin gehe und hier einfach den Wert lösche. Und das mache ich jetzt für alle Admin-User in dieser Datenbank. In dem Fall habe ich hier jetzt eben nur zwei Admins gehabt, aber wenn du jetzt hier fünf Admin hättest, dann lösche bei jedem Admin hier das Flag Admin heraus. Nun haben wir die Einstellung der Datenbank schon erledigt und wir müssen jetzt unser Install-Tool öffnen. Dazu ganz klassisch auf Contao-Install und wir gehen in das Install-Tool. Falls auch das Passwort des Install-Tools nicht mehr weiß, wie das geht, habe ich dir in einem eigenen Video aufgenommen. Ich weiß jetzt mein Passwort hier noch und logge mich in das Install-Tool ein. Wenn du jetzt ins Install-Tool kommst, dann siehst du schon, hier unten wird vorgeschlagen, ein Administrator-Konto anzulegen. Das liegt eben daran, weil es jetzt in der Datenbank keine Admin-User mehr gibt. Und genau das machen wir jetzt. Wir legen jetzt einen neuen Admin-User an. Jetzt können wir natürlich wieder frei unser Passwort wählen. Und wir sagen Administrator-Konto anlegen. Das war es auch schon. Wir gehen jetzt ins Contao-Backend. Nehmen eben diesen User, den wir gerade angelegt haben. Und wunderbar, ich bin jetzt im Backend meine Installation. Und zum Schluss gehe ich jetzt noch unter Benutzer. Und ich mache natürlich wieder den Original-Zustand. Das heißt, der User Christian bekommt zum Beispiel jetzt wieder Admin-Rechte. Und ich kann ihm natürlich jetzt das Passwort auch zurücksetzen, weil ich hier als Zugriff eben auf das Passwort-Feld. Genauso sollte ich natürlich den anderen User, diesen Demo-Admin, ebenfalls wieder zum Admin machen, so dass jeder User wieder seine ursprünglichen Berechtigung hat. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich diesen temporären Admin hier noch drin lasse oder ob ich jetzt eben das Passwort für meinen ursprünglichen Admin zurücksetze und dann diesen User später lösche oder deaktiviere. Das kannst du jetzt natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Zur Sicherheit kannst du natürlich auch vorher von der Datenbank noch ein Backup machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach unterhalb der Video in die Kommentare.